Der Bundeshaushalt 2019 ist genauso ideenlos wie der Haushalt 2018. Man sieht, in dieser Regierung gibt es keine rote Linie. Jeder kämpft gegen jeden und das Geld wird einfach mit der Gießkanne verteilt. Aber das führt auch zu großen Verlierern im Haushalt. Die Verlierer sind die Menschen mit kleinen Einkommen, die Verlierer sind arme Kinder, Verlierer sind Alleinerziehende und Verlierer sind auch Flüchtlinge, die vor Krieg und Terror fliehen. Was massiv steigt, ist der Rüstungsetat. Kein anderer Etat soll so stark steigen in den nächsten vier Jahren wie der Bundeswehretat. Gleichzeitig knausert die Regierung beim internationalen Klimaschutz, bei Diplomatie und bei Entwicklungspolitik. Das ist eine verheerende Prioritätensetzung. Das wird die Welt unsicherer machen und das löst auch nicht die immensen Strukturprobleme, die die Bundeswehr hat, gerade bei Rüstungsdesastern. Wer hat, dem wird gegeben. Das ist der Motto der Bundesregierung in diesem Haushalt. Das ist eine Koalition der Besserverdienenden. Das sieht man zum Beispiel beim Bau Kindergeld. Der alte Zombie, der Eigenheimzulage wird reanimiert. Das wird vor allen Dingen Besserverdienenden Familien helfen. Familien, die nachher auf eine Wohnung zur Miete angewiesen sind, hilft das gar nichts. Und auch bei der Familienförderung geht der größte Batzen für den Freibetrag drauf. Auch arme Kinder werden in diesem Haushalt nachher leer ausgehen. Insgesamt kann man sehen, das ist ein Haushalt der Vergangenheit. Die Rüstungsausgaben werden massiv aufgebläht. Es gibt Subventionen für Besserverdienende. Und beim Klima, das ist ein großes Schweigekartell. Ja, wir hatten heute als Haushaltsausschuss noch mal eine letzte Runde vor der sogenannten Sommerpause. Der Finanzminister hat vorgetragen, aber er hat dieselben Geschichten erzählt, die er in den vergangenen Wochen auch erzählt hat. Er hat von einem zukunftsorientierten Haushalt gesprochen. Faktisch ist es ein Haushalt des Weiter-So. Wir sehen, dass an allen Ecken und Enden der Haushalt nur in dieselbe Richtung geht, die wir schon erfahren haben. Es werden dieselben Ausgaben dargestellt, die wir bisher schon hatten. Es wird an keiner Stelle wirklich gesagt, ich verzichte auf eine Ausgabe. Es werden die Subventionen hochgefahren. Es werden sogar, und das muss man sagen, Subventionen wie im Bau Kindergeld, die inzwischen mit über einer halben Milliarde anstehen, dann auch noch als Investitionen verkauft. Und so wird versucht, die Investitionsmittel nach oben zu ziehen. Faktisch ist das ein Haushalt, der versucht, das Haus Deutschland ein wenig zu renovieren. Faktisch aber nur die Flicken ein wenig zu reparieren. Es ist keine Modernisierung. Und hier muss man ganz klar sagen, das führt dann dazu, dass ich zwar unheimlich viel mehr ausgebe, aber Entlastung für die Bürger gibt es gerade mal bei der verfassungsrechtlich gebotenen Anpassung des Kindergeldes darüber hinaus nicht. Es ist ein Haushalt nicht der Ideen, sondern Haushalt des Weiter-So. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, an denen der Finanzminister die Ansätze finden könnte, um den Bürger zu entlasten. Darüber mag man dann politisch streiten, wo es möglich ist. Er könnte auch schon die Voraussetzungen dafür schaffen, den Solidaritätsbeitrag früher im Ansatz zu senken und damit am Ende viel schneller dazu zu kommen, alle Bürger zu entlasten, so wie es sich fair und gerecht eigentlich darstellen lassen müsste. Das Dogma der sogenannten schwarzen Null, die ja eigentlich eine rote Null ist, weil sie nur auf diese Null zurückgeht und nicht wirklich spart, ist eigentlich das, was diese Haushalte in den letzten Jahren prägt und auch in Zukunft prägen wird. Wenn der, und das darf ich bei meinem Vornamen sagen, Otto Normalverbraucher höhere Einkommen hat, nachdem er vorher eine schwarze Null hatte und würde dann innerhalb von einem Monat auf einmal auch wieder auf Null sein, dann kann man auch nicht sagen, dass er spart. Sparen bedeutet, dass wenn du Mehreinnahmen hast und auf einer Null bist, dass du dann auch schneller Schulden abbaust. Und es war auch sehr interessant, dass der Finanzminister im Haushaltsausschuss bei den Zinsen uns jedenfalls schon ein wenig darauf hingewiesen hat, dass er ungefähr in einem Volumen von 2,5 Milliarden dreht, weil er von einem gewissen Zinsrisiko ausgeht. Das zeigt zumindestens, dass auch hier das Finanzministerium merkt, dass die wirklich goldenen Zeiten, jedenfalls an der Zinsfront und wahrscheinlich auch an anderen Stellen, vorbei sind.